ja und damit ein hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten stunt video ja ich drehe mich gerade hier auf den kopf und ja ich stelle euch gleich das nächste stunt video vor ich hoffe euch gefällt und wenn ihr nur meine stunt videos guckt hoffe ich dass ihr einen schönen weihnachten habt und nächste woche kommt er das dlc da werde ich natürlich auf der jacht sein weil ein kumpel kann sich das ja locker leisten ich will ja nichts sagen auf jeden fall ich hoffe euch gefällt das gerne postwertung da bis zum nächsten mal haut rein bis zum nächsten mal Das war's für heute. 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 Das war's für heute.